Hey ihr Rock'n'Roller da draußen, willkommen bei www.playgitar.de und unserem dieswöchigen Wikileak. Heute habe ich ein kleines Blues-Lick für euch. Hören wir uns mal an, wie es klingt. Ich benutze bei diesem Lick den Mittelfinger und den Ringfinger meiner Greifhand. Das mache ich vor allen Dingen aus Gründen der Tonerzeugung, was den Sound betrifft. Ihr merkt, ihr habt einen völlig anderen Sound, wenn ihr eure Finger benutzt. Es ist für die, die es noch nie gemacht haben, etwas gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber es lohnt sich das zu üben. Legen wir mal los. Wir greifen mit dem kleinen Finger jeweils den achten Bund auf G- und B-Seite, nehmen dafür unseren kleinen Finger, der linken Hand, danach der siebte Bund, danach der fünfte Bund. Allerdings spielen wir alles als Pull-Offs. Wir schlagen also einmal an und ziehen ab auf die Leerseiten. Das klingt sehr, sehr schnell. Dann greifen wir den siebten Bund auf der D-Seite, greifen dann wieder unsere B-Seite und G-Seite im siebten Bund und jetzt keine Sorge, nicht in Schnappatmung verfallen für die, die sagen, das ist ja viel zu schnell. Das klingt auch langsam total cool. Also, es geht hier nicht um Geschwindigkeit, sondern es geht wirklich darum, dass ihr es schafft, das ganze Lick in egal welcher Geschwindigkeit einfach nur zusammenhängend spielen zu können und daraus später eure eigenen Ideen entwickeln zu können. Achter Bund, anschlagen mit Mittelfinger und Ringfinger der rechten Hand und dann ziehen wir ab über 8, 7, 5 auf die Leerseite. Siebter Bund auf der D-Seite mit dem Ringfinger und dann siebter Bund, G-Seite, B-Seite mit dem Ringfinger anschlagen. Fünfter Bund, Zeigefinger, Barree. Dann kommt die Schlusssequenz. Siebter Bund, D-Seite anschlagen, abziehen auf den fünften. A-Seite, siebter Bund, anschlagen, abziehen auf den fünften. Zielton A im siebten Bund auf der D-Seite. Das war's für diese Woche, meine lieben Wikilicker. Wir sehen uns nächste Woche. Übt fleißig und denkt dran, die Geschwindigkeit spielt keine Rolle. Hier ist es nur einmal langsam für euch. Oder halt auf High Speed. Haut rein und habt Spaß mit dem Ding. Seht uns nächste Woche. Rock'n'Roll! Rock'n'Roll!